Der König ist in der Gammstadt. Der König ist in der Gammstadt, wo ist er denn? Da ist er doch. Ein guter Kater, das bringt was für die Gier. Der Bürgermeister aus Gernsham, wo ich hätte letztes Jahr sein können. Hast du dich aufgestellt zur Wahl? Nein, mein Ortsgenau hat mich aufgestellt. Und, wie viel hast du bekommen, wie bestimmt? Jaah, das ist noch keiner, weil es gibt partei interne Streitigkeiten zwischen den Landessverbänden und den Kreisverbänden Dachsat und Roskeirhaus. Ja, und ich muss mich ein bisschen distanzieren und mit den Händen zu überreden. Du warst aber auch geschrieben. Weil die König, die Königspartei. Ja, die Königliche Königspartei. Warte mal, bis es fertig ist. Wir stehen für die edelsten Werte und jeder Bauer muss ein Zehnt an den König abgeben. Nein, ich kann mal mit der Parteispitze...